ein fahr nicht vorbei nein ich fahr immer vorbei die hat eh Hass auf mich ich bin 0,2 Kilometer von dir entfernt ja du bist doch dran vorbeigefahren dann nee ich fahr grad voll auf dir zu wieso muss ich denn jetzt noch mal zur gleichen Haltestelle fahren obwohl ich da eben schon gehalten habe hey du bist doch da hinten fährst du gar nicht ach so das ist die Haltestelle okay da war ich noch nicht habe ich ja gut geplant ich brauche mehrere fahrkarten hier ist die fahrkarte habe ich ihnen schon gezeigt na klar na klar dann steig lieber nicht aus ich muss doch mal aussteigen da hört einer Musik was ignoriere ich mal getrost jetzt ja das Schlagloch nehme ich natürlich noch mit das ist mein Job mh das ist Adarias Job eigentlich wenn du schon so kommst mh was ist mein Job Adaria du nimmst sonst immer alle Schlaglöcher mit ja auch fährst da sogar noch mit Absicht rein ja Schlagloch vor Gewaltigerin wir machen Busse Nächte auch weißt du yapmış nett ich habe Musik hier genau hinter mir genau richtig Takác Musik und hat dann nicht meine Karte und die dahinter das hat auch keine Karte gehabt manchmal mal zusammen also deutsch hinter Tokö O Sch noch noch Car Jetzt fahr doch endlich mal, scheiß auf die rote Ampel, fahr! Die rote Ampel werden überbewertet. Ja, die wir müssten auch mitzumachen. Nächster Halt, Anbantor. Das heißt Kirschgrün, ja. Alter, fahr jetzt. Mann, ich will hier weg. Lachst da, ne? Alter, was stöhnen denn die hier rum? Ich habe den Auto weggepumpst, aber keine Strafe dafür erhalten. Okay. Ja, guck mal, wer das Auto da jetzt steht. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ich weiß nicht, ich bin nur kurz hinten drauf. Geräusche. M. 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 Ich kündige. Mach den Scheiß alleine. Da hast du nicht. Deine Rente wird dafür zu gut sein. So, und wieder zwei Schwarzfahrer. Ich werde hier doch niemals aufhören dürfen, wenn das weitergeht. Wie oft, ich habe ihn meine Fahrt. Ich habe einen Augenblick. Ja, deswegen wird hier deine Rente auch beachtlich. Wie oft wollen Sie die? Sie haben, habe ich ihn schon. Sie haben meine Fahrt. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Klar kriegst du Gehalt. Wir geben uns jetzt die größte Mühe. Und kriegen nix mehr dafür. Ja. Apropos Kriegen. Das habe ich ja ganz vergessen. Hätte auch ja Dankeschön. Gerne. Komm, vor gestern an. Nee, gestern. Sehr schön. Gestern hast du gesagt, es kam gestern an. Ja, stimmt. Ja, gestern. Immer diese vergesslichen Menschen. Gerne, gerne. Ja, ich werde alt. Was soll ich es sagen? Hm? Ja. Ja, nee, ja sage ich nicht. Aber was soll ich sagen? Jo. Sag es mal, ich bin nicht alt. Du bist auch nicht alt. Ja, anscheinend schon mal. Du sagst, du wirst alt. Was bin ich dann? Nicht alt. Hier muss ich raus. Steine alt. Genau wie ich. Toll. Danke. Ihr seid noch jung und knackig. Und was mit dir? Du bist jünger als wir. Hat wer gesagt. Ich bin auch nicht jünger als ihr. Doch. Das täuscht mir. Das täuscht mir. Doch, bist du. Ja. Dann bin ich ja Braunkohle. Ihr seid alle alt. Äh, möglich. Wo kommst du denn, du kleine Piesnäcke? Nee, nee, nee. Hybrid ist noch nicht alt. Nee, ich bin wirklich noch nicht alt. Ich bin alt. Ich bin auch alt. Nee. Alter. Ryan, ich bin hinter dir. Also fast hinter dir. Oh, oh, oh. Ich bin jung. Ja, frisch aus. Ja. Töli, bist du jung? Mit so'n langen Ding durch den Kreis verkehrt zu wollen, ist schon ein bisschen was anderes. Die kommen hoch her, genau dann ins Spanze. Oh ja, Ryan hat ein langes Ding. Wenn ich das mit dem Gelenkbus schaffe, dann schaffst du das ja wohl mit einem ganz normalen stinknormalen Bus da auch durch. Nein. Doch. Nein, das war wieder nie im Leben. Doch. Ich kann auch nach vorne, wenn wir langfangen, warum muss ich hier abbiegen? Wie kann man da vorne ab? Ja, man muss ja auch eine lange Erfahrung haben, um mit langen Sachen rumgehen zu können. Klar. Ich hätte gedacht, dass wir da nicht bleiben sollen. Ist mir ganz spontan eingefallen. Irgendwie möchte ich die nicht mehr. Ach so. Nee, irgendwie möchte ich die nicht mehr. Das war gerade auf mich bezogen, aber okay. Es hat jetzt nichts mit dem Gelenkbus zu tun. Ohne... Ja. Jetzt wird es Zeit, dass Mapa reinkommt. Ist ja bald zur Wahl. Ist ja bald zur Wahl. Dann wird es noch schlimmer. Oder gleich schlimm. Kannst du bitte eine Fahrtkarte haben? Oh, schön. Danke. Eine Fahrtkarte bitte. Was ist denn, ihr sind von mir? Nur das beste Mapa, nur das beste. Ja eben, nur das beste. Eine Fahrtkarte bitte. Einfach nur, dass es lustig wird. Das ist doch nicht schlecht. Ich will sie nur noch einmal kurz aufkauen. Mach das. Heizwerge, Heizwerge, Heizwerge. Heizwerge, Heizwerge. Heizwerge, Heizwerge. Go, go, go. Go, go, go. Da setzt sie dann rein, weil sie ganz am Ende. Na klar. Ja. Das wollte jetzt niemand wissen, ob du noch in deinem Badeanzug passt oder nicht. Hat das bei dir auch ein Typ gesagt bei dir? Nee. Girl. Äh, ne, ne, ne Frau aber. Hat das auch ein Typ gesagt? Nee, ein Kerl. Lass mich aus, ich bin durch. Was? Das wissen wir. Bitte eine Fahrtkarte haben. Es ist spät und ich bin müde. Ach nee, halt falsch rum. Es ist müde und ich bin spät. So rum. Ist doch gar nicht schlecht. Klar, was ist doch für Müll. Naja, stimmt. Wenn das geil ist, ich muss morgen nicht aufstehen. Ich schon. Ja. Ich kann bis zum Ende da bleiben. Nein, ich muss dich auch noch anrufen. Nein, ich muss dich auch noch anrufen. Warum steigen jetzt eigentlich schon alle aus? Was habe ich euch denn getan, Leute? Deine Fahrweise? Die war einfach zu gut. Die hat eine Langeweile. Oh, Minus 10.000. Zum Glück ist bald Sonntag. Wir haben heute Sonntag, Mädel. Rennig, nur jetzt ist einfach. Ähm. Die steigen nicht ein. Hä? Jetzt mal ganz im Ernst, guckt euch das an. Warte. Die wollen einsteigen, aber die tun es nicht. Ich wäre schon weitergefahren. Ähm, was? Oh. Ja, dann musst du mal dein Akku lauten. Jetzt steigen! Oh, das war jetzt knapp. Das war jetzt sowas von knapp. Sonst hätte ich den mitgenommen. Oha. Gesundheit. Danke. Er hat's gekracht. Er. Ey, Alter. Wo stellst du denn das Verkehrs... Äh, das Warnschild muss 100 Meter von Unfallstelle entfernt stehen. Junge, 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 junge. Jonah? Ja, unrealistisch, diese Simulハodo. Dein Bus zuckt! Ryan! Dein Bus zuckt! Hihi! Ich fār hinter, in den zuckenden Puts her! Oh. Bitte steig aber diesmal nicht aus. Bitte nicht. Ich habe Angst an dir vorbeizumfahren, weil der nimmt ja nicht fährt. Ähm, was macht der Bus da? Es ist noch zu früh, um zu zwirpen. Es ist noch eindeutig zu früh, um zu zwirpen. Dafür ist nie zu früh. Ähm. Ja. Okay. Was denn? Ich mache jedes Mal, wenn ich aufstehe. Ja, klar. Der ist doch gerade erst durchgekommen. Das ist neidisch, ne? Hey, lange nicht gesehen. Oh, nein. Ja, stimmt. Letztes Mal warten. Ja, genau. Damals, das war als... Guck mal nach hinten. Ja, echt schön, dich zu sehen. Äh. Guck mal nach hinten. Ja, ich weiß. Jetzt kennst du dir was. Bleib nicht so lange sitzen, Mann. Ja, ja, ja. Zwei Zug. Das ist iron, aber okay. Baby iron. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab bloß was Blaues gesehen. Ja. Das geht mir auch ganz oft so. Das ist sehr verwirrend. Der wird dich überholt, Alter. Was ist mit ihm los? Und jetzt überhole ich ihn. Alter, er zieht vor... BB-Mapper. Ja, ja, das ist ein BB-Mapper. Dieser LKW, er wollte dich überholen. Bleibt einfach mitten auf der Straße stehen. Und fährt mit einem voll rein. Dieses Drecksfien. Drecksfieh. Wie nennst du mich? Doch nicht. Ich hätte diesen Burit um ihn essen zu... Nein! Ich hänge, ich hänge. Ja, ja, genau. Boah! Natürlich. Natürlich. Alter, wie fährst du an mir vorbei? Wie fährst du denn bitte an mir vorbei? Ich brauch ne Haltestelle. Ich brauch ne Haltestelle. Ich muss raus. Ich stöhne. Ganz, 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 ganz schlimm. Allergie. Leute, fahr doch mal! Ey! Bleib doch einfach stehen! Nein! Oha! Ey, da fahren die mich und ich fahr den hinten drauf. Junge, junge, junge. Weil der Bus wieder mal nicht bremsen kann. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar! Oh, schön, Landschaft. Ja, ne? Volle Aussicht. Hier gibt es noch ein bisschen Schnee auf den Bergen. Oh, Ryan ist ja nur 0,3 Kilometer von mir entfernt. Bleib lieber ganz weit weg von mir. Danke! Danke! Das geht nicht gut aus. Danke! Mit dem Bus hier. Achso. Huh! Hä, willst du wieder angetwurkt werden? Ja! Ist geil, steh ich drauf! Dann komm ran! Da ist gerade ein Auto auf den Hintergrädern gefahren. Ja. Na gut! Okay! Geil, nicht unheimlich! Okay, let's go! Ne, ist mir einfach völlig fest. Nein! Ich hatte gerade einen Katzen-Schnurren. Oh, 18.000 minus. Wird diese Runde nichts. Was ist mit einem Katzen-Schnurren, was? Ja, ich bin gerade auf Kopfstein-Plaster gefahren, das hat sich angehört, wie ein Katzen-Schnurren. Oh mein Gott, ich war gerade auf den Schienen und auf einmal bin mir jetzt das los. Los! Lustig wäre es gewesen, wenn der hintere Teil des Buses dann hier noch auf den Schienen gewesen wäre. Oh mein Gott, nein! Na, ein Schlagloch! Ah, schön. Das wäre gar nicht lustig gewesen. Oh, doch. Nein, nein, nein. Da, da, doch. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Nein, nein, nein. In welchen Filmen? Oh, doch. Aber in den neuen Superhelden, wo die Nacht der Garten gelaufen ist. Ja, klar. Oh, no. Oh, doch. Oh, no. Yes, yes. Oh, no. Yes, yes. Du stellst mich jetzt stumm. Tschüss. Nein. Nein! Ich bin wirklich stumm gestillt. Ich glaube. No. Oh, der Seeknurri hat es uns so einfach. Jetzt geht es mit nissen. Was? Ich habe mir meine Nase geprüst. Achso. Oh, ich dachte wirklich. Ich habe mir gesagt, ich habe mir übelst einen Allergieschub. Ja, aber du hast gesagt, du schaltest dich stumm. Ja, soll ich euch ins Ohr rotzen? Ja. Oh, der Seeknurri hat es uns so sauer. Komm. Leckerer Rye-Rot. Yummy. Und das aufs Brot. Mmh. Delicious. Oh, yeah. Meine Gäste fragen mich, ob ich einen an der Waffel habe, als ob ich meine Waffel teile. Ich glaube, die Waffel meinen sie nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was ist das? Hatschieb. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Oh, Gott, ich will ihn. Ich muss hier weg. Wieso? Luf. Also, ich kann nicht in deiner Nähe sollen. Der Bus ist einfach verpackt oder mein Spiel ist verpackt, einerseits auch. Aber ich denke, ich denke, es ist eher der Bus. Der Bus. Was macht der denn bei dir? Ja. 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 Nein. Oh. Das sieht richtig gut aus. Vor allem wie der Schwänzchen-Mädel. Was denn? Das Schwänzchen-Mädel wirklich? Ich kriege kum, als kriege ich die ganze Zeit schon wieder... Mann... Ich kann jetzt wieder abbrechen. Ich war fast am Ende. Ich hab 25.000 durch Kollisionen, wenn ich das scheiße back. Ha, du Idiot. Verkauf den Dreck einfach. Die Strecke noch mal fahren. Ich war fast am Ende. Nee, gut. Wir kommen zurück bei der Kläranlage. Wir kommen zurück bei der Kläranlage. Wanderaufbereitungsanlage. Genau fündlich. Nee, aber ich komm nicht mehr ins Plus. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Brian? Brian is not amused. Danke. Juhu, Endstation. Ich kann aufs Klo gehen. Oh, das ist ja die in der Sitze. Und jetzt... Und jetzt ist das so. Nächster Hall, Moons Corp, Bergerhalle, Endstabio, bitte alle aufsteigen. Wiedersehen. Ich denke, das schlägt aus. Ja, Mapa, ich habe es mitbekommen. Ach man, es lief die ganze Zeit so gut und dann sowas. Nicht traurig sein, es wird gleich wieder besser. Nein. Warum soll es gleich besser werden? Wenn du nicht mal mit dem Gelenkbus fährst. Bitte? Wenn du nicht mal mit dem Gelenkbus fährst. Da fahr ich denn, ich habe ja abgebrochen. Ja. Als ob ich aus Apartment über 20.000 Minos ausgehe, ich bitte euch. Dann wäre ich noch weiter gefahren bis zum Ende und das war halt noch, keine Ahnung, ich muss halt noch durch die ganze Stadt und sowas. Aber hey, wir haben jetzt 841.000. Hey, kaufe einen Gelenkbus. Nicht noch einen. Die sollen ganz gut sein. Die sind an sich doch gut, aber ich weiß nicht, ob das nur bugt. Es kann natürlich auch daran liegen, dass es halt ein Online-Ding ist, dass es deswegen bugt, weil ich halt nicht der Host bin. So. Das ist halt im Endeffekt. Hey, ich kann einen Gelenkbus mit Erdgas. Erdgas ist immer gut. Nein, danach gibt es nur noch DLC-Busse. Ich brauche DLCs. Mal kaufen das mit denen hier. Bearbeiten. Du hast das verkauft. Äh, warte. Kann ja gleich sagen, wie der heißt. Den Gelenkbus? Ne, nicht den Gelenkbus. Das müssen wir eigentlich als nächste Aufgabe machen. Äh, wir haben immer noch die einzelnen Strecken. Wie, noch nicht fertig? Müssen doch alle schon gefahren sein, oder? Äh, ja, aber bei den mit den zehn Haltestellen hatten wir vorher noch keinen Fahrerplatz, beziehungsweise keinen weiteren Bus. Achso. Den konnte ich erst danach einsetzen. Das heißt, den muss einer dann gleich noch fahren. Welche denn? Welche Nummer sind das? Äh, zehn. Oder? Neun? Neun oder zehn? Warte mal. Also zehn Fahrradfahrt. Äh. Das muss dann Shmapa für mich übernehmen. Äh, ja, die zehn. Ja, die Fahrradfahrt. Okay. Ich hab's ja grad fast fertig. Dann geh ich jetzt mal ins Klöchen. Sicher, dass es die zehn ist? Ja. Äh. Das ist doch das dritte. Das dritte ist doch die neun. Äh, die mit den zehn Haltestellen. Warte, warte, warte. Abschließen. Aufarbeiten. Okay, kann ich grad nicht nachgucken? Ich guck mal bei der neun nach. Bei der neun sind nur neun. Oh. Das müsste die sein. Okay. Die zehn, die zehn ist gelb. Okay. Todesbambus war, meine ich, sieben. Und Todespfoten waren acht. Acht bin ich gerade, glaube ich, dran. Ja. Meine ich. Ja. Du hast die acht. So, dann gucken wir mal, was rausgekommen ist. Also, ich hab gesehen, Kitty kriegt von dem Spiel nicht genug. Der hat sich wohl eben wieder eingeloggt. Versteh ich gar nicht. Es gibt ein kostenloses DLC, hat Mappa entdeckt. Oh, welches, welches, was, wo, wie? Ja, guckt aber erst mal auf Steam, ob das bei euch vielleicht schon mit drin ist. Was? Was, wo? Kostenlos. Dings irgendwas. Da, kostenlos, herunterladen. Alter, der ist ja nicht so, übersteuert auch nicht schon wieder so. Oh. Schöne Gang. Ja, dann flüster ich jetzt halt nur noch. Ist auch in Ordnung. Dann versteht ihr jetzt halt nur noch die Hälfte von dem, was ich sag. Dann machen wir jetzt erst im Airstream. Geil. Ne, ich hasse Airstream tatsächlich. Ich auch. Steineck. Ost. Uhu. Uhu. Was steht da? Tutorial überspringen. Ja. Ich will keine neue Strecke machen. Kannst du eh nicht, wenn du bei Adara da bist. Ne. Ja. Mein Unternehmen hat sich geändert von Erdmännchenbau auf Höllenpfoten GmbH. Hehehe. Also, Mappa. Übersteuer. Ist okay, ich mach dich leiser. Juhu. Wollte grad sagen, mach doch selber leiser. Also, Mappa. Deine erste Strecke wird wie bei Hybrid die Nummer 6 sein. Du fängst mit dem Sex an. Ähm. Aber nicht zugucken. Ich bin schüchtern. Oh. Hm. Okay. Ryan, bist du eigentlich schon auf dem Rückweg? Nein. Oh, okay. Aber gleich. Ich muss jetzt einmal umdrehen und dann bin ich auf dem Rückweg. Okay. Hier steht Koop Fahrt beginnen. Was heißt das denn? Fährt dann einer mit? Ja, dann fährt quasi einer als Kontrolleur mit. Je nachdem, was du dann einstellst. Achso. Du musst aber auf Fahrt beginnen machen. Fahrt beginnen und dann auf Rundfahrt. Also Rundfahrt an, ja? Ja, Rundfahrt an. Mehr musst du dann aber nicht machen. Und einen Bus aussuchen. Ja, und einen Bus aussuchen, aber das ist logisch. Ohne Bus aussuchen. Ja, ja, nee. Ich hätte jetzt einfach auf Fahrt starten geklickt, ohne vorher die Busse durch. Ja, dann hättest du halt den ersten Bus da gekriegt. Ja, genau. Wäre halt ja auch nicht verkehrt gewesen, aber, ne? Ach, hättest mich nicht. Ich nehm die Spinne. Nimm den Gelenkbus. Nimm den Gelenkbus. Stimmt, ich wollte den Gelenkbus einmal ausprobieren. Mach ich aber für die allererste Strecke. Aber vergiss nicht, Gelenkbus. Du musst ein bisschen, ne? Eigenplan wegen... Ja, ja. Ja, 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 ja. Ey, dann warum bleibt er mit dem Weg stehen? Ja, 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 Gelenkbus. Das ist eine Scheißperspektive. Ach, jetzt. Huch. Ich kann keine Busse weiter auswählen. Ich komm einfach nicht über die... Schlüsseldinger da hinweg. Jetzt. Huch. Huch, Gelenkbus, da ist er. So ein Stück zurück, damit auch alle vernünftig eingestalten können. Rundfahrt, Fahrt starten. Ob es wirklich so klug war, dass ich in der Stadt starte? Weiß ich nicht. Im Astra Park? Ja, das geht. Eins. Nächster Halt. Astra Promenade. Oh, ich hab drei Türen. Mit sechs, also mit Namen sechs kannst du alle auf einmal aufmachen. Ja. Ah. Ja, Papa wusste das vielleicht aber nicht. Woche, Standard, eine, drucken. Ich lieb. Ja, gerne. Macht 5,80 Euro. Leider ist das hier sehr günstig. BB Hybrid. Ich hab wieder zu viel Wechselgeld rausgegeben. Hab ich heute auch schon einmal. Ich mehrmals. Nein, ist ja das Fazit, das war einmal. Das war das erste Mal. Ja. Kann ich die auch namens sechs auch alle gleichzeitig wieder schließen? Ja. Oh, Tatsache, ist ja geil. So. Ich darf halt nur nicht vier bis, also vier, sieben, acht und neun drücken. Dann? Ne, Artaria darf die neun nicht drücken. Ja, geht ja nicht, mein Name Pads ist aus. Bei mir ist das Sehen Wechsel. Oh. Ja, das wäre, stimmt, warte, das wäre bei mir auf eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Bei mir ist, vier ist halt mein Gaming-Bildschirm, sieben ist starten, acht ist, äh, wenn ich kurz weg bin. Äh, und neun ist, zwei ist Endspiel. Ja. Ja. Ich muss halt der Stelle, da wende ich hin. Also mein Bus funktioniert bisher. Ja, am Anfang ging's von mir auch, aber irgendwann, ja. Vielleicht ist der im... Und dass der zum Beispiel so am twerken war, hast ja auch nur du gesehen. Bei mir war ja auch nichts. Okay. Und irgendwann fing er dann halt an, komplett zu bangen. Bei mir war ja auch nichts, bei mir stand der da ganz normal. Ähm. Was eigentlich auch schon sehr merkwürdig ist. Vielleicht mag der einfach nur keine langen Strecken. Ja, oder, es liegt halt daran, dass du da halt der Host bist, und da irgendwie Internet-Probleme aus sind. Wääähähä. Das kann halt auch sein, ne? Damit der mit dem Multiplayer nicht so klarkommt. Irgendwissj. kacke wäre. Maybe. Oh, ich fahr die sehr gerne. Eine Fahrkarte. Oh, wie cool. Danke. Ich mag C-Harmonica-Busse. Tschö mit Ö. Ich geh doch gar nicht. Der Typ hat wie das eben gesagt, ich hab ein Tschö mit Ö gesagt. Aber ich geh doch gar nicht. Ja, sonst ja auch nicht. Ey, ich hab hier grad ne richtige Rentnerparade oder was? Die sitzen fast nur Omas drin. Geil. Alles die gleichen, wa? Ja, na ja, nee. Zwei. Einer nix ist doch einer von Oma an. Naja, aber so ne schöne Oma kann auch entzücken, ne? Wow. Weiß ich nicht, frag mal, frag mal, wie die Kind aus. Kann ich bitte eine Fahrtarte haben? Oh, gleich hasst er mich, aua. Mhm. Berlin ist Berlin. Aber ich hab dafür schon Karma bekommen, weil ist gut. Echt? Was? Was? Von ihm kam nur, was? Nix, nix. Hier, bitte. Oh. Hier, bitte. Alles gut. Na klar. Augenblick. Wir können gar keine Geister sehen, ich hab doch noch gar nicht. Abruptes Bremsen, ich hab gar nicht gebremst. Ey! Fahr weiter! Hast du irgendeine Tür aufgemacht aus Versehen oder so? Ja. Hast du ein abruptes Bremsen? Ah. 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 Das ist meine alte Strecke. Ihr könnt jetzt alle warten. Ich bin größer. Ui. Ui. Lkw. Ach, wer hat dir das erzählt? Mit Blödsinn. Nächster Halt. Stockerplan. Was denn? Unter der Leidenschaft ist so eine geniale Siege. Über die die hohen Schwellen soll man langsam fahren, hat der Passagier gesagt. Ja. Unter 30. Danke. Wiedersehen. Und Schwachsinn. Glaub dem nicht. Kann ich später eine Fahrkarte haben? Nooo. Ich weiß. Ich wirklich weiß. Ich weiß. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Warte mal. Bei der Aussteiger sitzt der da. Anhalten. Die ist rot. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Bei rot sollst du gehen, bei grün sollst du stehen. Auf was war in der Schule warst du denn? Auf einer Baumschule. Eine Fahrkarte bitte. Ich wusste, dass das kommt. Was frag ich überhaupt? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, da bin ich ganz... Hör mal hin, blinken kann ich. Da bin ich ganz stolz auf mein Abitur in Baumschule. Steht bei dir auch, wenn du in die Haltestellenbucht da rein blinkst, dass du da blinkst? Rechts geblinkt bei einer anderen Haltestelle oder so? Ja, warum? Bei dir nicht? Ja doch, bei mir auch. Bei mir nicht. Ja, dann habt ihr beide verpackte Spiele. So geht das nicht. Bei mir steht sowas nicht. Das ist Schwachsinn. Es gibt es nicht nach rechts blinken. Ich habe keinen Blinker rechts. Ich wollte gerade sagen, du hast gar keinen Blinker da, ne? Nö. Ich fahr kaum mit Blinker. Wieso? Muss man das? Äh, für Erfahrungspunkte ja. Ach was? Das erklärt aber auch, warum wir mit dir kein Level abkriegen. Bis dann. Hey! Süß. Ich höre es doch so. Halt mich da raus. Ich brauche eine Fahrkarte. Obwohl wir sehr gut sind, was Level im Moment angeht. Also... Ja, siehste. Frag mal, von wem das kommt. Ich fühl mich jetzt hätten wir gestern im Alten sehr gelangt durchgefeiert. Danke. Jetzt übertreibt man nicht, ne? Noch jemand ohne Fahrkarte? Wieso hast du mich grad? Ich? Dich? Mhm. Ich, äh, eigentlich gar nicht. Wieso? Okay, das ist schön. Auch du nur so. Okay. Wo der Bambus steht, euer sexueller Belästigungspanda. Das muss so sein. Der sagt euch, wie sexuelle Belästigung geht, euer sexueller Belästigungspanda. Sagt nicht dies. Schaut nicht her. Seid schön brav, sagt euer Panda-Bär. Du oder schlecht. Das erklärt er euch, euer sexueller Belästigungspanda. Schön. Losgelandet. Das hat Hybrid vorhin auch schon gemacht, dass wir Kontis gerade. Äh. Aber den Anfang kann ich immer nicht verkacken. Hä? Mein Energy ist leer. Aber ich hab ja noch Wein. Wir haben schon Sonntag, der ist bald vorbei. Ich hab ja noch Wein, um euch zu quälen. Ich weiß nicht, wer es abgespielt hat. Mein Chat hängt. Wer was abgespielt hat? Sein Fruchtbarkeitsraum. Achso, das weiß ich auch nicht. Das steht bei mir auch nicht. Anananas. 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 Danke. Bitte. Danke. Bitte. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, weil es abgespielt hat. Keine Ahnung. Oder es war anonym. Dann wird es bei mir zum Beispiel auch nicht angezeigt. Bei dir im Chat steht aber, dass Anonymous blau da gemacht hat. Bei mir nicht immer. Also im Chat bei OBS nicht immer. Das kann auch mal sein, dass es bei mir gar nicht steht. Dann steht es auch im Aktivitäts- und Stream-Element-Ding nicht. Also das ist manchmal richtig, richtig, richtig seltsam. Also das hab ich auch schon öfters gehabt. Da hat Masuna gemacht, da stand es auch schon nicht. Oder ich glaube, da hatte Heimer sogar einmal den Wolf gemacht und es stand auch nicht. Also manchmal sind die Dinge ein bisschen seltsam. Heute tatsächlich das erste Mal, dass mir das so extrem auffällt. Also sonst war eigentlich niemand. Es tut die Banana. Banana! Ich hatte das schon öfters. Aber gut, ihr habt das Ding jetzt auch neun Monate? Ungefähr. Seit neun Monaten benutze ich es. Wie wird dein Kind heißen? Sound Alerts Nummer 1. Ah, nice, nice. Mhm. Forschungslabor? An was forschen wir denn? Oh, das kann ich dir jetzt erzählen. Das ist geheim, ja? Mhm. Nee, an mir, hab ich gesagt. Soll ich dich zitieren? Klar. Wollen wir dafür sterben? Nein, nein, das geht nur lebend. Wir sind nicht gestorben. Das geht nur lebend. Wir spielen ja nicht Leichensimulator. Warum nicht? Leichen, Leichenbelästigung. Echt jetzt? Hast du wirklich gesagt jetzt? Ja. Wieso? Nächster Halt. Südspeichel. Mh, da hast du sicher nichts gehört. Ich hab nur gesagt Leichenbelästigung. Wenn man fast gefragt hat, wie ich das wirklich gesagt hab. Der Leichenbelästigungspanda. Ja, genau, was ich gerade gesagt hab. Gut. Ja, ich... Nee. Einfach... Aber nee. Nicht? Okay. Nee. Also bei mir ist bisher nichts mit dem Bus. Ja, dann würdest du wahrscheinlich am Multiplayer liegen. Wohl in der zweiten Runde, wo wir einen gefahren sind, es war ja auch Ewigkeiten nichts. Erst nachher zum Schluss. Kann das sein? Ja. Ja. Also kannst du noch Glück haben, Aydaria, dass bei dir auch noch was kommt? Glück? Danke. Na gut, ich bin aber jetzt auch nicht komplett ausgestiegen und ich hab nur eine ganz kurze Fahrt. Weg hier. Platz da. Also es könnte auch sein, dass es bei mir ist, wenn ich selbst eine längere Fahrt mache. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Naja, aber eigentlich kannst du damit halt wirklich fahren. Ich bin ja auf der Playstation mit dem Gelenkbus gefahren, weil, ah geil, da bin ich halt auch durch die enge Stadt hier überall gefahren, bis die engen Straßen da. Du stehst auf eng, oder? Auf engen Straßen, ja. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Ich steh auf engen Straßen, ja. Mit dem Gelenkbus. Tudu! Du kriegst ja aus, wie du möchtest. Oh ja. Oh ja. Oh ja, da hab ich mir schon was ausgelegt. Ja, ich weiß. Fühlt sich gut an. Bis dann. Ui. Wer macht denn sowas? Ich brauche einige Fahrkarten bitte. Sagst du nix mehr. Ich? Ne, ne. Ja. Eine Fahrkarte bitte. Ich klinge aber nicht wie ein Senior. Eine Fahrkarte bitte. Schwarzfahrer. Ja auch nicht. Das sind hier die richtigen. Hier im Bus ganz hinten sitzt ein schwarzer Gast. Aha. Dann kontrollier den mal lieber. Hier, bitte. Ja, der hat ein gültiges Ticket. Klar. Kannst du auch was suchen. Hier, bitte. Hier. Wird ja klappen können. Wenn wir dann auch weitergültiger. Und so viele Stangen. Geil. Geil. Am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Nächster Halt. Andra Ponga. Ist ja schön, wenn du irgendwo hin musst. Wettstation. Bitte alle aussteigen. Wie weit bist du mit deiner Fahrt, Ryan? Lecker Ruhio. Lecker Ruhio. Fast durch. Juhu. Huch. Pfütze. Weil wir dann wahrscheinlich die nächste Aufgabe fertig haben. Oh ja, und ich weiß schon, was dann für ein Gebiet kommt. Lieb's. Oh, ich darf neue Routen. Klar. Oh nein, jetzt liebe ich's nicht mehr. Juhu. 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 Sich freut. Ja. Voll geil. Ja, irre. Ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Auf einen Tag. Pfff. Promenade. Endstation. Bitte alle aus. Auf neue Gebiete geh ich immer so ab. Danke, dass sie so pünktlich sind. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ah, so. Dann genieße ich mal mein Weinchen. Im nächsten Monat 2021 sind die Gebiete voll schön, die immer noch kommen. Ich kenne ja auch noch nicht alle. Also jetzt kenne ich schon alle, weil ich halt die Collectivates eingesammelt habe. Aber vorher kannte ich halt nicht alle. Also ich bin durch ganz viele Gebiete gewandert. Ja, die sind echt schön. Damit musst du auch noch angeben, ja? Ja. Ja, kann ich ja nicht dafür, wenn ihr so... Dass du uns einfach alleine gelassen hast. Kann ich ja nicht dafür, dass ihr so straight da irgendwie euer Tutorial gemacht habt. Aber das macht man aber... Oh mein Gott! Ich hab Errungenschaften! Nein! Tutorial! Get the run run! Wieso hab ich ne schon Level 10? Ich hab das grad erst angefangen. Hä? Ich hab grad ne Errungenschaft mit Level 10 gekriegt. Ja, weil wahrscheinlich Dings hier Level 10 ist. Das Unternehmen. Äh, das Unternehmen ist sogar schon Level 19. Ja, ja, aber ne. Hätte jetzt ihre erste Fahrt abgeschlossen. Kitty run run, kitty run run. Block gar nicht. Ich? Dann versteh ich's nicht. Ach so, aber Aydaria hat ihre grad abgeschlossen. Ja. Deswegen wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt 6.000... 648.000. Da hab ich nen Ohrwurm. Was? Hm? Wie? Was? Ne ne, ist schon gut. Oh, ich freu mich schon auf das nächste Gebiet. Wie viele kommen denn noch? Äh... Bis du nen DLC kaufst. Das ganz unten ist glaube ich alles DLC. Ganz ganz unten. Unter Steineck und so. Das alles DLC. Nooo, da würde ich unbedingt hin. Weil da unten ist nämlich der Airport und das ist halt DLC. Ah, okay. Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Im 21er ist das mit drin. Da kommt ja nicht mal so viel. Ich hab mal geguckt, dass eine DLC hier zum Map erweitern kostet bei Steam 11 Euro noch was? Ja, ich hab da für nen Code gefunden da für 3 Euro. Frag mal nicht. Ich mein, man könnte auch einfach 21 spielen, ne? Nein. Das ist halt wie gesagt mit drin. Nein. Nein. Dann kommt wieder und sagt nein. Gut, dann eben nicht. Bus Simulator 16. Ah ja. Die brauchst du auch noch. Ja, natürlich. Ich hab dir den Key geschickt gehabt, ne? Ja. Die Seite mit dem Key. Ja. Ich will das Ding jetzt dazu haben. Das DLC. Ist denn die zwei jetzt noch offen? Ich drück die sechs und nichts passiert. Ach, weil da jemand steht. Mein Junge, geh aus der Tür. Setz dich hin, du Snitch. Bei Steam ist das aber so teuer. Landwirtschaftszentrum. Gibt's da Mehl? Warte, ich bin gleich da. Gibt's da Mehl? Warte, ich bin gleich da. Na, im Landwirtschaftszentrum? Na, zumindest Körners, die man zu Mehl machen kann, oder nicht? 1299. Das ist so teuer. Ja. Ja, vor allem wenn du überlegst, Map-Erweiterung, wie wenig das eigentlich ist. Wie viele Haltestellen habe ich gesehen? Sind das 20 oder so? Äh, die offizielle Karten-Erweiterung des beliebtesten ist das Bus-Simulator für größteres Hauptspiel und zwei brandneue Stadtgebiete mit neun abwechslungsreichen Missionen und 20 Bussartestellen. Mhm. Überleg mal. Ist eigentlich nicht viel, ja? Das ist gar nichts. Wenn sich einer das DLC kauft, könntest du dann alles spielen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich hab das DLC halt nicht. Ich hab das auch noch nie gehabt und noch nie mit irgendjemandem das Spiel zusammengespielt. Bis sich die Zeiten ändern, wa? Ja. Ich musste mir das auf Steam auch neu kaufen, das Spiel. Ich hatte das auf Steam nicht. Ich hatte das auf Playstation. Oh. Ich hab ja Aydaria den Cota geschenkt da. Den Key und dann hab ich mir auch noch gekauft. Ah, kann man nicht Crossover spielen? Nee, nee. Crosplay? Äh, bei so einem Spiel Crossplay, ich bitte dich. Äh, Port Amber gibt's noch? Marywell, Westfield und Oldtown. Ja, die Stadt gibt's halt auch noch. Ja, Oldtown. Also jetzt. Laterne. Wer hat die hier hingestellt? Die Entwickler? Die verklag ich. Also ich werd mir auf jeden Fall dann die, dass die es hier holen. Aber als Key, oder? Ja, ich weiß nicht wo. Ich hab's dir doch geschickt. Ja, ich find's grad nicht mehr. Guck dir einfach unseren Chat vor den Augen. Ja, dann guck ich doch schon. Mann. Da. Warte. Äh, ja, ja, ja. Ach, das war's. Ja, hier. Das ist jetzt die Frage, aber welches davon muss ich nehmen? Das Obo oder das Obo? Das Obo, glaub ich. Kaufst du das jetzt? Nein. Sicher? Ja. Äh. Soll ich dir das glauben? Ja. Oh, okay. Nee, das klang jetzt schon nicht mehr so überzeugend. Hast du's jetzt gekauft? Oh, mir ist ein Auto reingefahren. Schwule Sau, du. Hast du's gekauft, ne? Noch nicht. Sicher? Ja. Bist du grad dabei? Sehen wir mal ihr Gesicht an. Sie guckt nicht in die Kamera, das heißt, sie führt irgendwas zum Schilde. Ja, 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 ja. Jetzt kauft sie das jetzt. Ja, geht nicht. Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Sie, 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 äh, kauft es jetzt, äh, gibt es ein, lädt es runter, macht das Spiel neu an und dann ... So wird's laufen. Aber Opa, wie lange wirst du noch mitfahren? Ja, bis ich die Schnauze voll hab und deine Karte nicht mehr sehen will, so oft. Wenn sie alle genervt sind, schreien sie bitte aus. Aus! Hallo? Hä? Hast du's jetzt gekauft? Sie spricht nicht mehr mit uns. Sagt nix, ich glaub also ja. Ich kann doch einfach nachgucken auf Steam, das weißt du, ne? Ja, ja. Ich hab überhaupt nichts gemacht, warum bin ich denn im Minus? Nur eine Bier getrunken? Nur eine Bier getrunken? Nee. Noch nicht mal ein halbes. Ich hab nichts gemacht, gar nichts. Nur eine Bier. Äh, wie kann ich denn jetzt weiterfahren? Ach da, weiter. Wollt bloß den Zwischenstand checken. Ich close dich mal. Schau, was ich LIKE? Sie spielen. Ich agrees? Es ist niemals anders. Sanfte kannst du auch bei dir in der Türkeliosier? Ich胡 stuck dich achet mal. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht. Ich sehe mich. Ich liebe independenstelle mal. Ich bin gar nicht mänggen. Ich kann mich einfach nie. Ja. Ich bin chirophilische. Untertitelung des ZDF, 2020